Apollosa ist eine Pferderasse, die vom spanischen Pferd abstammt, das im 18. Jahrhundert nach Nordamerika importiert wurde. Ihre Entwicklung soll von den NEZ-Pis in Nordamerika ausgehen. Apollosas sind Freizeit- bzw. Sportpferde, die sich vor allem im Westernbereich großer Beliebtheit erfreuen. Hintergrundinformationen zur Pferdebewertung und Zucht finden sich unter Exterieur, Interieur und Pferdezucht. Exterieur-Apollosa haben einen für Westernpferde typischen Körperbau im meist quadratischen Rahmen. Dazu gehört ein kleiner zum Pferd passender Kopf mit großen, wachen Augen und einer geraden Nasenlinie, eine schräge, gut bemuskelte Schulter, ein kurzer, kräftiger Rücken und eine schräg abfallende Gruppe ebenfalls stark bemuskelt. Diese Qualitäten befähigen die Pferde besonders auf kurzer Strecke schnell zu werden und wendig zu sein. Wie das früher auf der Rentscharbeit in Amerika besonders gebraucht wurde. Heutzutage werden aber auch spezialisierte Typen gezüchtet, je nachdem für welchen Zweck man sie einsetzen möchte. Ansonsten fallen die Pferde durch ihr charakteristisches Farbfleckenmuster auf. Die charakteristischen Merkmale, an denen man auch viele einfarbige Apollosa erkennen kann, sind das Menschenauge und die gefleckte Haut. Überall zu erkennen, wo sie nicht von Fell überdeckt wird, zum Beispiel an den Nüstern, um die Augen oder an den Geschlecht steilen. Auch die gestreiften Hufe bei dunklem Kronenrand werden so verursacht. Diese Merkmale werden auch als Kriterium für die reguläre Eintragung der Pferde herangezogen. Die Muster der Tigerzeichnung sind Der Snowflake ist Teil der Rohnzeichnung des Tigerschecken. Rohn-Rohn-Frostdunkle Grundfarbe mit vereinzelten weißen Haaren Leopard-Voltiger Nier-Leopard Fusebot Weißgeborener Snowcap Die Tigerchecken können im Laufe ihres Lebens einen starken Farbwechsel durchlaufen. D.H. Die Grundfarbe kann auf hellen, also mit weißen Haaren vermehrt durchsetzt werden, oder sie bekommen weiße Flecken. Die Farbe eines Pferdes kann sich im Laufe der Zeit mehr oder weniger stark verändern. Alle Basisfarben sind zugelassen mit Ausnahme der Plattenschecken und des Schimmels. Der Schimmel hat die Eigenschaft, die Zeichnung des Apollosa zu überdecken und zu reinem Weiß zu vernichten. Früher wurden Schimmel eingekreuzt, jedoch ist heute die Schimmelfarbe ausgeschlossen. Die Zucht des Apollosa-Harses ist zwar eine Farbzucht, die aber mindestens ebenso viel Wert auf eine Korrektheit des Gebäudes und Interieur des Pferdes legt. Aus Anpaarungen zweier bunter Apollosas fallen nicht zwangsläufig bunte Fohlen, sondern auch Fohlen ohne Merkmale und ohne typische Fellzeichnung. Interieur Der Apollosa verfügt über Ausdauer, Leistungsbereitschaft und Menschenbezogenheit im Umgang. Doch vor allem qualifiziert ihn seine Ruhe und Gelassenheit. Diese Eigenschaften machen ihn geeignet zum Familien- sowie Sportpferd. Zuchtgeschichte Durch Abbildungen ist bekannt, dass getupfte Pferde schon seit langer Zeit in der alten Welt bekannt waren. Es ist davon auszugehen, dass diese Pferde durch die spanischen Eroberer in die neue Welt gelangten, wo sie durch Verwilderung ihre Spuren bei den Mustangs Nordamerikas hinterließen. In der Apollosa Prärie in Idaho lebte der Indianerstamm der NEZ Pisei, der als einziger dafür bekannt ist, eine systematische Pferdezucht betrieben zu haben. Abgeleitet von dem Zuchtgebiet, erhielt der Apollosa auch seinen Namen. In einer legendären Flucht versuchten die NEZ Pisei im Jahr 1877 der Vernichtung durch den Weißen Mann zu entkommen, was jedoch letztendlich scheiterte. Auf diesen Trick verlor ein Großteil der Pferde sein Leben, sodass nur noch eine kleine Population aufrechterhalten werden konnte. Aus diesen kleinen Beständen entwickelte man ab 1938 eine Zuchtpopulation, die am Ende des 20. Jahrhunderts auf über 500.000 Tiere angewachsen war. Die Rasse zählt nach dem Quarter Horse und dem Paint Horse zu den beliebtesten Pferden Nordamerikas und hat ihre Popularität auch über die Grenzen. Zurück in die alte Welt ausgedehnt, im Jahr 1975 kamen die ersten Pferde dieser Rasse nach Deutschland. Ihre Spur verlor sich, da es nur vereinzelte Pferde waren, die man nicht richtig einordnen konnte. 1978 fasste eine kleine Gruppe von Bewunderern reinrassiger Apollosa-Pferde den Entschluss zur Vereinsgründung des Apollosa-Pferdestandbuchs Deutschland TV, der sich zur Aufgabe machte, die in der Bundesrepublik vorhandenen Apollosa-Pferde zu erfassen, Apollosa-Freunde und Züchter zu informieren und ihre Interessen zu vertreten, die Apollosa-Rasse bekannt zu machen. Eine möglichst baldige Anerkennung eines eigenständigen Zuchtverbandes in Deutschland zu erlangen. Punkt. 1994 wurde der Apollosa-Horse-Club Germany gegründet, der diese Rasse heute in Deutschland betreut. Die Verwaltung des Zuchtbuches in Nordamerika liegt in den Händen des Apollosa-Horse-Clubs mit Sitz in Moskau, wo auch ein großes Informationszentrum entstanden ist. Vorgaben dieses Mutterverbandes in den USA lassen die Einkreuzung von Quarter-Horses arabischem und englischem Vollblut zu. Das hat die Qualität der Apollosa-Rasse nachhaltig verbessert. Heutzutage findet man neben Freizeitpferden auch Spezialisten wie Halter, Pleasure, Reiningpferde bzw. Cuttinglinien bei den Apollosas, die für den Einsatz in der jeweiligen Disziplin im Turniersport besonders geeignet sind.